Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Prinz Brigade. Heute spiele ich mal nur mit dem Kanonier. Viel Spaß beim Zusehen und ich mache das Beste draus. Madagaskar Ruine. Mäh. Dem. Dominant. Naja. Komm, versuch's. Nur mit Kanonier. Okay. Irgendwelches Arsloch muss ich spielen. Ich bin gegen so ein Opfer. Fuck, was war das? Wo ist diese häspische Kuh? Hässlich. Mann. Dummheit. Was geht bei dem Schiff? Alter! Bläron. Hässlichkeit. Frohlich Kind. Alter. Warte. 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 Ich werde nicht von mir beklagen. Warte. 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 Ich werde mich nicht geben. Leck dich am Arsch, kleiner Hochundin. Was geht bei dem eigentlich? Das ist das hässliche Kind. Und er stirbt Nägel, hässlichkeit. Und dann, hässlichkeit. Und dann, hässlichkeit. So dumm bin ich auch nicht so. Und dann, hässlichkeit. 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 Und dann, 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 hässlichkeit. Kaffee Man, langsam regt das auf, regt das auf. Ich denke, er in der Not. Alter. Ich schweb, ist ja klar. Alter, wir sind... Wie lange denn? Alter. 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 Vielen Dank.